Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 15. Juni 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 833 und während mein aktuelles Video noch am Rendern ist, mache ich doch gleich die Daily-Aufnahme mit den heutigen Themen. Brave, Scanner Pro, Face ID, Devolver-Neuheiten, Google Klagt und WWDC. Ich beginne gleich mit dem Browser Brave. Der ist unter anderem deshalb bekannt, weil er die Privatsphäre sehr ernst nimmt. Er ist vom ehemaligen und Co-Gründer des Mozilla-Browsers Firefox bekannt und hat vor vier Jahren den Brave-Browser aus der Taufe gehoben. Der vor allem eben, wie schon erwähnt, auf dem Bereich Privatsphäre, also mit dem Anti-Tracking und Werbeblocking etc. sehr gut umgegangen ist. Er war schon das eine oder andere Mal in den Medien, weil er nicht ganz so korrekt lief, hat aber grundsätzlich einen sehr guten Ruf. Doch jetzt kommt etwas, was ziemlich unschön ist, denn sie haben einfach mal so Affiliate-Links umgeschrieben. Und zwar die derjenigen, die den Konten erstellen, zu denjenigen, denen ihnen gehört. Das heisst, die Provision, welche sie bekommen haben für die Kryptowährungsplattform Beyoncé, wurde einfach umgeschrieben auf ihren eigenen Affiliate-Code. Und das macht natürlich nicht nur die Konten der Steller, die das da verlinkt haben, ziemlich bösartig, bösartig, verrückt, sondern auch diejenigen, die den Browser nützen, weil eigentlich geht man ja im Guten davon aus, dass die eben nicht genau auf die gleiche Masche abgehen, wie es andere auch tun. Ziemlich unschön. Ich hoffe, das wird ziemlich schnell ausgebügelt. Zumindest in der ersten Rückmeldung vom Gründer kam die Rückmeldung, Nein, nein, wir nicht. Und dann, oh, doch, aus Versehen. Schwierig, schwierig. Aber ja, Augen offen halten ist definitiv nie verkehrt. Die beliebte iOS-App Scanner Pro von Rattle Inc., die auch andere tolle Apps in den iOS-Store geschmissen haben, die haben ein kleines Update, das es in sich hat, für die Scanner Pro App rausgebracht. Wer unterwegs ist oder auch zu Hause, der gerade den Scanner nicht bereit hat, der kann mit der App ganz einfach einen Scan machen. Bis anhin hatte man halt Schatten drauf. Mit der neuesten Version und wahrscheinlich ein bisschen Hokus-Pokus, AI oder KI besser gesagt, bekommt man den Schatten jetzt weg. Ich werde das heute Nacht gleich mal noch ausprobieren, sobald das Update auch bei mir angekommen ist. Und bin dann sehr gespannt, wie die Ergebnisse werden. Auf den, an Anführungs-Schlusszeichen, Werbebildern schaut es schon mal sehr spannend aus. Ich bin wirklich gespannt darauf. Weiter geht's mit Facebook. Der Messenger bekommt bald eine Face-ID und Touch-ID Unterstützung. Das heisst, wenn ihr den Chat starten möchtet, müsst ihr euch zuerst verifizieren. Das ist natürlich den grossen Vorteil, wenn ihr das Gerät mal aus den Händen gebt und es entlockt, können Fremde dennoch nicht in euren Chat reingehen. Das können Apps oder Messenger wie WhatsApp unter anderem auch. Und ich glaube fast Freema oder einer von denen hat das auch schon seit längerem in Einsatz. Dann gab es in der letzten Woche einen Besuch, zumindest einen virtuellen Besuch von Devolo und die haben mir ein paar neue Geräte, die über die nächsten Monate kommen werden, gezeigt. Da geht es vor allem im Bereich Powerlan-Produkte. Und dabei geht es vor allem um die Magic-Serie, die neue Serie, die mit den neuen Chipsetzen ausgestattet sind. Die bekommen jetzt WLAN-Mesh auch, bleibt nach wie vor im 5 GHz-Netzwerk hängen. Heisst, es bleibt ein Wi-Fi 5 und wird kein Wi-Fi 6-Produkt oder kein Wi-Fi 6-Chip zum Einsatz kommen. Das wird erst im nächsten Jahr dann soweit sein, wenn die Chipsätze günstiger sind und unter anderem auch die Geräte ein bisschen verbreitet sind. WPA 3 ist unter anderem in der Verschlüsselung dabei angedacht und man bringt auch Lösungen, dazu werde ich aber noch was schreiben auf dem lebesmar.ch-Blog in den nächsten Tagen, die man direkt an Stromkassen montieren kann. Da bin ich extrem gespannt. Meine Schwester und meine Eltern werden damit sicherlich glücklich werden, wenn sie die Powerline-Produkte direkt in den Stromkreislauf mit einbinden können. Klingt auf jeden Fall spannend, was da kommt. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über. Vor kurzem hat Sonos Google verklagt und gleichzeitig auch gesagt, Amazon ist auch böse, aber wir können nur gegen einen klagen. Jetzt, bevor sie gegen den zweiten klagen konnten, klagt der zurück, nämlich Google. Die sagen, wir mögen es gar nicht, wenn wir nicht gerecht verklagt werden und schlagen deshalb zurück mit eigenen Patenten, die sie verletzt sehen von ihrer Seite. Das wird spannend, wer das schlussendlich recht bekommen wird. Und wie ihr alle wisst, für zumindest diejenigen, die sich für Apple interessieren oder auch mal die WWDC schauen, in der nächsten Woche, genauer gesagt am 22. Juni, also genau in sieben Tagen, startet die WWDC in Amerika. Besser gesagt eben nicht in Amerika, sondern im Web. Und da gibt es wie immer eine erste Keynote, wo dann auch die Presse und so weiter geladen ist und wo es dann auch die meisten Neuigkeiten darüber gibt. Die Tage danach, die ganzen Entwickler, Workshops etc., die werden auch online abgehalten und die sind natürlich nur für Entwickler zugänglich. Ich bin extrem gespannt, was rauskommt, habe aber auch nicht allzu grosse Anforderungen, Wünsche. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. In diesem Sinne, das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich wünsche euch einen guten, tollen Start in die neue Woche. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.